Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die Ikea Pax Schublade ausbaut und somit natürlich die Kompliment Schubläden auch richtig vom Pax Schrank aushängen kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn dir zu Hause zum Beispiel etwas hinter die Schublade gefallen ist und du möchtest jetzt deine Schublade aushängen, wirst du merken, dass diese wirklich bombenfest sitzt und nicht so leicht herausgeht. Das liegt daran, dass unsere Schublade hier vorne nochmal zusätzlich mit so einer Plastiksicherung gesichert ist. Bedeutet, ich kann das Ganze jetzt nicht von der Schiene trennen. Wenn ich dieses Plastikteil aber jetzt auch schon ganz einfach hier auf die Seite mal rüberdrehe, dann kann ich die Schublade von der Schiene herunternehmen. Das selbe Spiel müssen wir davor aber natürlich auf der anderen Seite genauso machen. Im nächsten Schritt, wie bei Ikea gewohnt, die Schublade vorne mal etwas nach oben heben und dann können wir sie nämlich auch schon hier hinten ganz einfach nach vorne rausziehen. Das Einhängen funktioniert natürlich genau verkehrt herum. Hierfür am besten die Schiene mal ganz rausziehen. Dann gebe ich meine Schublade auch schon hier oben auf die Schienen leicht quer drauf. Bedeutet, ich hebe es hier vorne wieder etwas nach oben und halte dann hier einfach mal meine Schiene fest, schaue, dass die Schublade auch schön nach hinten gedrückt wird, dass sie hinten in meiner Befestigung drinnen ist und dann sollte sie normalerweise hier unten auch schon von alleine in die entsprechenden Haken hineingehen. Auf der anderen Seite mache ich natürlich dasselbe Spiel, drehe meine beiden Plastiksicherungen einmal wieder zu mir nach vorne und danach sollte es das auch schon gewesen sein und wir haben unsere Ikea Pax Schublade auch schon richtig ausgebaut bzw. danach auch wieder richtig eingehängt. Wenn du dir für zu Hause übrigens weitere solche Schubläden in den verschiedensten Varianten bzw. Größen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.